Schttt! 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 Ja! Klein und Agil, so wie es gehört! Also klein unter Anführungszeichen ja Böse, die richtige Größener verglichen zum Galli schauen nicht alle winzig aus. Das ist ein Wahnsinn! Das stimmt, ja. Wenn ich mir denke, sonst ist es immer die größte Winde. Ja. Jetzt ist es ein Zwerg. Ein Zwerg auch nicht. Kleiner. Zwerg aufgehauen worden. Schiwawa ist ein Zwerg. Nein, jetzt haben wir das Loch nicht gesehen. Schiwawa wird immer der Zwerg sein. Ja, gell? Kassenzeit. Das ist wahr. Ja. 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 Ja.